Quick-Tip, Skill-Punkte richtig verteilen. Mit der Taste O landet ihr hier in der Übersicht für die verschiedenen Skill-Punkte. Und wenn man einen Grundangel-Account macht, wo der Schwerpunkt aufs Grundangeln gelegt ist, geht man hier als erstes rein und verteilt natürlich seine Skill-Punkte als erstes hier in diesem Talentbaum. Einer der wichtigsten Skills ist die Handhabung der Stationärrolle, da dieser Skill nicht nur fürs Grundangeln zählt, sondern auch fürs Posenangeln und auch fürs Spinnenfischen. Das heißt, die fünf Punkte, die hier drin verteilt sind, sind gleichzeitig in den zwei anderen Talentbäumen auch verteilt. Wenn ihr euren Schwerpunkt aufs Grundangeln legt, braucht ihr anfangs diese drei nächsten Talente nicht zu skillen. Die einfache Grundmontage und die Pater-Noster-Montage haben im Verlauf des Spiels eigentlich keinen größeren Wert mehr. Genauso auch die Feederrouten, die verwendet man auch eigentlich nur relativ kurz zum Anfang des Games. Und da wäre es halt schade, wenn man da Anfangspunkte reinlegt, die man dann später halt gar nicht mehr gebrauchen kann. Von daher spart man sich das und skillt als erstes die klassische Haarmontage. Die klassische Haarmontage ist fürs Karpfenangeln gedacht und grundsätzlich zählt Punkte, die halt in Montagearten reingelegt werden, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit größere Fische zu fangen oder eben auch Trophies zu fangen. Auch hier die Winkelpicker-Route ist, ich sag mal, ein i-Tüpfelchen, wenn man Winkelpicker irgendwann ganz zum Ende des Games mit denen spielen will oder wenn man die halt verwenden will und man hat tatsächlich noch ein paar Punkte übrig, weil man vielleicht eine andere Montageart oder eine andere Spielart komplett ausschließt. Sowas wie Spinning oder Poseangeln, wenn man das komplett für sich ausschließt, hat man bestimmt noch Punkte über. Da kann man durchaus vielleicht noch die Winkelpicker verwenden. Winkelpicker sind eher fürs gezielte Angeln auf kleine Fische, die ganz zart an den Ködern rumzuppeln. Winkelpicker haben den Vorteil, dass sie eine sehr dünne Spitze haben und dadurch werden diese kleinen Zuppler von den kleinen Fischen besser angezeigt. Wenn man dann aufs Karpfenangeln sich spezialisieren möchte, macht es später im Game vielleicht auch noch Sinn, die Futterschleuder zu skillen. Das ist natürlich eine Sache, das ist wirklich schwerpunktsmäßig dann fürs Karpfenangeln sinnvoll. Ansonsten ist der nächste Schritt eigentlich, die Punkte erstmal noch zu sparen und dann auf die Karpfenrute zu skillen. Karpfenruten zu skillen macht halt wirklich Sinn. Das sind die Routen, die man lange Zeit verwenden wird. Das sind auch die schwersten Routen fürs Grundangeln. Als nächstes eine der populärsten Angelmethoden ist das Pop-Up-Rig, wo man quasi ein Boily und ein Pop-Up-Mais verwendet. Auch fürs Karpfenangeln absolut populär. Da Punkte reinzugeben macht absolut Sinn. Danach folgt dann das Skillen der Schlaufenmontage. Ich hatte damals mal die Inline-Montage ausprobiert, die tendenziell eher für kleinere Fische auch gedacht ist. Wobei die Schlaufenmontage würde ich jetzt aktuell eher wieder skillen. Ist auch immer noch mit die wichtigste Montageart fürs Angeln. Wenn man eben nicht mit Boilies angelt aufgrund, sondern vielleicht einfach mit einer Kartoffel oder mit Wurm. Eine der wichtigsten Grundangelmontagen. Wenn ihr jetzt hier seht, dass die Marker-Route, ich sitze direkt davor, beziehungsweise die Spot-Rot auch mit sieben Punkten verteilt sind. Das sind die gleichen Punkte hier. Also das sind einmal verteilte sieben Punkte, die gleichzeitig quasi für die Spot-Rot und die Marker-Route zählen. Also hier müssen keine Punkte extra verteilt werden. Das sind die wichtigsten Punkte im Grundangeln. Natürlich kann man, wenn man irgendwann Punkte übrig hat und man möchte wirklich nichts anderes machen als Grundangeln, noch die Futter-Rakete skillen oder das Wurfrohr. Das macht vielleicht noch Sinn, dass man da ein bisschen genauer einen Spot anfüttern kann. Wobei man eh irgendwann hauptsächlich noch mit dem PVA angelt. Und wenn man dann die Angelfutter-Zubereitung vielleicht auch noch geskillt hat, gehen ja hier auch nochmal fünf Punkte rein, damit man hochwertiges Futter herstellen kann. Und auch hier, wenn man da dann bei 100% ist, macht es eben Sinn, am Ende die PVAs zu verwenden, um Spots anzufüttern. Nebenbei hat man dann bestimmt auch noch Punkte frei, um in der Köderbeschaffung hier den ein oder anderen Punkt zu verteilen. Das heißt hier für die Würmer bzw. fürs Ausgraben und Ausbuddeln. Und dann kann man hier nochmal Punkte reingeben, um mit der Schöpfkelle noch erfolgreicher zu sein. Also da verteilt man dann wieder Punkte rein und im Großen und Ganzen hat man damit dann ein Rundum-Sorglos-Paket für Grundangeln. Köder und Angelfutter bzw. die verschiedenen Montagen und Routen sind geskillt und kann damit dann sehr erfolgreich Grundangeln betreiben. Wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Petri Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.